und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa so der nächste teil von manja menschen startet jetzt gleich genau ich glaube teil 4 müsste es mittlerweile sein ich nehme das ganze wieder auf mit dem c64 ich starte mal hinein über medienzugriff genau und dann sage ich ihm einfach top spiele meine menschen easy card bridge ohne turbolader muss ich wieder aufpassen und starten ja und dann wäre schon da also da brauchen wir wirklich keinen turbolader das geht ja ruhig zuck ich habe ein safepoint gesetzt beziehungsweise mittlerweile mehrere und 129,5 minuten bin ich schon am spielen nein was habe ich jetzt gemacht so ein nächster teil von manja menschen beginnt und zwar hatte ich jetzt hier ein kleines problem dass ich meinen speicherpunkt überschrieben habe aus versehen jetzt habe ich bis zu dem punkt wieder neu gespielt wo wir letztes mal stehen geblieben sind das einzige ist ich bin im ich bin vom verlies hoch gegangen mit der wendy und stehe jetzt hier vor den türen und jetzt habe ich vor einmal durchs teleskop zu schauen gehe ich hier noch einmal hoch weil das bild ist ja jetzt zur seite geschoben ja und dann gehe ich jetzt hier hin und schaue hier einmal durch aber vorher muss ich hier noch das teleskop auf positionen bringen ich bin ich bin ich bin Das war's für heute. Ja, können wir machen. Und jetzt müssen wir... Ja, jetzt habe ich den Code 1230. Den schreibe ich mir mal sofort auf. Mal eben einen Zettel holen. Damit der nicht verloren geht. 1230. Ich weiß nicht, ob der Code eigentlich immer gleich ist. Aber zumindest habe ich ihn jetzt. So, das heißt, ich kann jetzt hinunter gehen, werde zu Aetna, mache die gleiche Aktion nochmal, damit ich den Safe öffnen kann. Ja, dann muss ich Wendy wieder verhaften lassen und dann kann ich ganz gemütlich dort hochgehen. Ja, das wäre jetzt so mein nächster Plan. So, Wendy kommt zu mir. Ich sage ihm, öffne die Tür. Ja, und hinein ist vergnügen. Eine Runde verhaften lassen. Thema erledigt. Kann man ja irgendwie etwas machen. Nee. Die ist einfach zu schnell, die gute Dame. Sei froh, dass du kein Junge bist. Dann hättest du jetzt große Probleme. Ja, das wissen wir doch. So, schnell umswitchen mit F1. Und hinein. Vielleicht kann man hier das Parfum noch nehmen. Nee, geht nicht. Gebe ich die schnell nach oben. Ja, 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 ist okay. Obwohl die Dame wieder kommt. Ist das da oben Spiegel? Aha, interessant. Da, da, da ist sie schon. So, und jetzt könnten wir eigentlich den Safe öffnen. Ich hoffe ich zumindest mal. Öffne Wandschrank oder Geldschrank, wie auch immer. Äh, wie war der Code noch? 12,30. Gut, dass ich einen Schmierzettel habe. 12. Na. 30. Und was haben wir da? Weiß auch gar nicht mehr. Verschlossener Umschlag. Ja, okay. Den nehmen wir mit. Und wie ich sagen, gehen wir da hinunter. Und lasst uns mal wieder verhaften. Sie ist immer flott. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Ja. Jetzt mal gemacht, du. Gut. Was machen wir mit einem verschlossenen Umschlag? Natürlich öffnen, ne? Wir sind ja neugierig. Da war eine 25-Cent-Münze im Umschlag. Ah, oder muss die 25-Cent-Münze vielleicht an dem Arcade-Automat benutzt werden? Das kann natürlich auch sein. Was hat aber am letzten Mal nicht funktioniert? Da, 25-Cent-Münze. Das könnte ich vielleicht nochmal umprobieren. Und jetzt mache ich erstmal, gebe... Weil ich hätte ja jetzt eine Idee, was ich machen könnte. Den geöffneten Umschlag... Umschlag... An... Wendy. Zack. Ich wechsel zu Wendy rüber. Okay, ich habe eigentlich gedacht, man müsste das Manuskript irgendwie verschicken. Und dann die Briefmarke drauf. Aber sie sagt gerade, der Umschlag ist unbrauchbar. Ist ja ein unbeschriebener Umschlag. Umschlag. Okay. Was ist, wenn ich sage, benutze Briefmarke an Umschlag? Die klebt nicht. Okay, okay, okay. Ja gut, dann kümmere ich mich da später rum. Ich habe ja jetzt die 25-Cent-Münze. Und deswegen würde ich sagen, ich erst mal zu diesem Arcade-Automat... Nein, du nicht. Du musst jetzt ausnahmsweise mal hierbleiben. Das macht wieder Dave, der Chef persönlich. Aber vorher muss die Tür einmal geöffnet werden. Über Razor. Und sie hat nämlich den alten, rostigen Schlüssel. Ja, dann würde ich sagen, watschel ich wieder nach oben. Und dann wird in einem Spiel gezockt. Mal kurz überlegen. Rechts ist gleich der Musikraum. Links Kunstraum. So, was haben wir hier nochmal? Äh... Ich weiß gar nicht, was hier war. Aber ich meine, der Spielautomat wäre hier. Ja, das sieht doch gut aus. Meteor Mess, wo bist du? Da wärst du. Ja, ich opfer mal die 25-Cent, würde ich sagen. Und guck mal, schau mal nach, was passiert. So, benutze 25-Cent in Münzenschlitz. Ja, Münzenbehälter. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's. Da war also der Fehler. Ich hätte also... Okay, 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 okay... Ich mach einfach mal schnell einen Screenshot. Ich weiß, das ist gescheatet. Aber so bin ich halt. So, da wäre mein Screenshot. Meteor Messcore. So, was machen wir mit dem Code? Ich hätte da eine nächste Idee. Hätte da eine nächste Idee. Ich switche jetzt rüber zu Razer. Und die gibt mir einfach mal die Codes ein. Und einer von den dreien könnte ja vielleicht funktionieren. Oh, der erste sofort. Okay. Ich überlege gerade, soll ich schon mal reingehen? Oh, einfach mal testen, ne? Was passiert? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine, im ersten Raum kann man sich noch recht frei bewegen. Oder kommen die jetzt Tentakel an? Ich hab dich erwischt, Schnüffler. Oder genau. Ich muss jetzt für ein Alarm auslösen. Katszene, okay. Edna. Ich habe Probleme mit dem Zoom-B-Matic. Ich muss meinen Strom abschalten. Oh, perfekt. Es wird etwa fünf bis sechs Minuten fehlen. Fehlen? Das ist alles, was du mir zu sagen hast. Du bist seit fünf Jahren ewig da unten im Keller und ich sehe dich nie. Manchmal denke ich, du liebst den Meteor mehr als mich. Beruhig dich, meine kleine Prinzessin. Bald wird alles ganz anders sein. Sicher. Ja, eine perfekte Ehe, würde ich sagen. Gut, sie wird verhaftet. Das ist dann halt so. Oh, oh. Oh, nu. Oh. Alles verrammelt. Gut, dann muss Dave wieder zum Einsatz kommen. Weil er hat nämlich den Schlüssel. Was ist eigentlich, wenn ich sage, benutze? Meteormes? Äh, mit haben wir nicht, ne? Dann sagen wir lese. Meteormes. Gut, dann lassen wir es mal wieder eine Runde verhaften. Wir müssen jetzt irgendwie wieder ins Verlies kommen. Gut, dann lassen wir es mal. Gut, dann lassen wir es mal. Ich überlege gerade, ob ich dem Kollegen den Hamster wieder geben soll. So, wir geben eben mal den Hamster wieder. In der Hoffnung, dass die Taktik jetzt richtig ist. Ich bin hier gerade einmal oben. Wo haben wir den Hamster? Gebe Hamster an. Add. Oh, mein armer kleiner Hamster. Ich danke dir so sehr. Hoffentlich kommt mein Paket bald. Ja, ist die Frage, soll ich ihm das Paket auch geben? Außer, dass er mich jetzt hier nicht rausschmeißt. Und er möchte ja das Paket haben. Das ist die gute Frage, soll ich ihm das Paket geben? Ich meine, da hilft einem dann. Das Paket hätte ich da. Ich könnte ja mal eben Öffne Paket machen. Wenn ich das nicht schon getan habe, weiß ich nicht. Das wäre illegal. Okay, komm. Ich glaube, viel mehr kann ich mit dem auch nicht machen. Eindringen halt. Ach so. Aber ich war noch gerade beste Freunde. Okay, okay, dann gebe ich dir jetzt auch das Paket. Oh, mein Kommandok-Paket. Nun musst du meine Pläne finden. Ich habe sie irgendwo verloren. Siehst du der böse Meteor? Hat mein Vater wahnsinnig gemacht. Ich muss in sein Labor und ihn retten. Ich brauche mein Kommandok-Paket und die Pläne. Pläne? Ja, Pläne. Aber die habe ich verloren. Okay. Komm zurück, wenn du alles hast. Ja, kriege hin. Hallo, mein dieser kleine Hamster. Oh, ja. Gut. Dann haben wir jetzt einen neuen Auftrag. Pläne finden. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo und wie. Ich switch nochmal eben kurz rüber ins Verlies. Und schaue mal, ob die Türen schon offen sind. Hä? Sind noch nicht. Gut, dann öffnen die eben. Irgendeiner muss doch jetzt hier den Schlüssel... Ah, der zackert die Schlüssel. Äh, das könnte ich jetzt als nächstes machen. Ich könnte jetzt unten reingehen. So, jetzt ist auf einmal das Licht ausgegangen. Okay. Ich mache mal eben die Taschenlampe ein. Ich war nämlich jetzt gerade auf dem Weg, äh, Richtung diesem Zockraum. Ich bin natürlich zu weit gelaufen. Oh, da muss ich drauf. Sorry, da muss ich drauf. Brauch nicht drauf, brauch nicht drauf, brauch nicht drauf. auch nicht drauf so so jetzt war ich gerade auf dem Weg nach oben vom Verlies und dann ist das Licht ausgegangen ich kann mich auch mal nicht dran erinnern dass während des Spiels das Licht einmal ausging so für schätzungsweise 25 Minuten so schätzungsweise für ein paar Minuten und genau da muss man einfach so weiterspielen ja mein Plan ist jetzt irgendwie den Code herauszufinden an dem Meteor Mess da der Herr Doktor, Professor wie auch immer eine zweite Runde gezockt hat bin ich mir fast sicher ja dass es einen neuen Code gibt da ist nicht zu lesen ah jetzt habe ich keine Münze mehr ist egal ich probiere trotzdem mal die 10 Cent Münze benutze 10 Cent Münze in Münzbehälter das geht natürlich nicht wie komme ich jetzt an den neuen Code ran äh ich habe doch diesen kleinen Schlüssel ne habe ich den ich probiere es einfach mal aus benutze kleiner Schlüssel in Münzbehälter ne ja ah das ist die Lösung aber da ist keine Münze drin ne mit ihrem falschen ach ich bin am verkehrten Automat achso ach der geht für alle cool benutze Münzenbehälter mit kleiner mit kleinen Schlüssel nimm puh da habe ich die Münze wieder benutze 25 nein 25 ne das geht nicht ne das geht nicht benutze 25 Cent in Meteormes ach ist nicht eingehen jetzt muss ich warten bis bis der Strom bis der Strom wieder läuft obwohl der Bildschirm ist auch an tihi ah strumm ist wieder an so dann sage ich mir das erste mal aus helle Taschenlampe und jetzt benutze Meteormes mit mit 25 Cent so jetzt zockt er eine Runde und jetzt denke ich mal werde ich einen neuen Code erhalten ich werde sofort screenshotten zack screenshotten 3301 die anderen beiden Zahlen sind geblieben gut prima die Münze nehme ich natürlich mit denn was wir haben haben wir und das könnte ich eigentlich auch ins Verlies gehen ich überlege mal eben ähm genau ach jetzt komme ich hier nicht in das Verlies hinein na gut dann muss die Raser mal nach oben nach oben die Raser die steht doch mal nicht hier unten ne ja Tür ist offen passt dann geh du mal schön nach oben und dann drücken wir mal eine Runde auf den Kobold Dankeschön und jetzt kann Dave hinunter und geht ausnahmsweise mal freiwillig auf direkten Wege ins Verlies so ich möchte aber jetzt Alarm auslösen weil wenn ich da reingehe dann habe ich nämlich keinen Bock auf das Pupupone Tentakel Pupupone Tentakel ich bin hier ich bin hier wir haben wieder ein Problem jawohl Sir so so das Tentakel ist jetzt draußen genau und jetzt geh ich hinein oh da muss ich aber schnell sein Da muss ich aber schneller sein. Hm, ist niemand hier? Okay. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht gefunden. So, der Code war schon mal richtig. Ja, der Code war richtig. Jetzt gehe ich schnell hinein. Und das Tentakel müsste ja eigentlich jetzt weg sein. Hä? Gibt es da zwei von? Oder ist es wer zurück? Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Oder können wir das irgendwie bestechen? Kann ich jetzt auch bestechen? Wie war das nochmal? Gut, ich denke mal, ich mache an dieser Stelle wieder einen Schnitt. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder.